Na dann machen wir das auch mal runter. Eine Schmelze bauen wir mal hier hin. Damit die wenigstens kurz mal zwei dafür bauen können. Hier noch ein Hammer für die Werkzeugschmiede. 32% rum, so wenig. Keks, göttliche Gabe ist mir egal. Spitzhacke, Steine. Wobei die Steine können wir ja noch gut gebrauchen vielleicht. Trotzdem. Kormine können wir da nicht hinbauen. Der findet keine Steine mehr. Was ist denn mit den zwei Steinchen hier? Die kannst du abhacken. Muss ich da jetzt noch einen Priester hinschicken oder was? Schicken wir das Holz auch da runter. Dann haben sie ja noch. Irgendwann ist das Holz hier weg. Dann ist die Insel leer, dann passt das schon. Null Steine? Achso, der hackt hier unten gerade alle weg. Okay. Soll er machen. So, jetzt fehlt hier auf jeden Fall Cola. Dann wollen wir mal ein paar Geologen ausschicken hier. Die können ja jetzt mal hier ein bisschen so machen. Was machen meine Hammerbrüder? Hammer keine mehr. Die stehen alle da rum. Ich hab nichts mehr zum bauen, okay. Zack. Eine Getreidefarbe. Eine Getreidefarbe. Hier haben wir jetzt. Die Getreidefarbe genau. Wasserwerk. Mühle. Bäcker haben wir hier unten. Das. Das Schlachthaus da. So viel Kohl. Ja. Die Cola kann ich so gut kaufen. Das wird mir auf jeden Fall sehr gut helfen. So, hier sind wir noch 92% bloß. Cola und Eisen. Holen wir eine Eisenhärzbühne. Ja, passt nicht. Weil das Zeug da rumliegt wahrscheinlich. Klasse. Geht mal hier oben hin. Sucht da euch erstmal zu Dode. So. Ja, vorbei muss da sowieso hier irgendwie Spion. Also guck mal. Ach du Scheiße. Okay. Hat sich schon erledigt. Wir sehen wie viele Soldaten da sind. So, ihr könnt mal suchen. So. Haben wir das jetzt mal voll. Nein, natürlich nicht. Getreide fehlt auch noch hier ordentlich. Vielleicht können wir es ja von hier oben dann mal. So angehen das da unten dann. Da oben dann Getreide angebaut wird oder so. So. Ihr könnt ja mal aushelfen. So. Ein paar Träger machen wir noch. So. So. Sollen da noch genug Träger da sein. Sehr gut. Donner Eisenhärzbühne. Also ich mein Essen haben wir ja noch ein bisschen hier. Das ist ja nicht. Brot zumindest. Fisch haben wir auch. Aber für Schweine haben wir bis jetzt nichts mehr. So fleischmäßig ist hier Tote Hose. Aber egal, Brot ist da. Immerhin. So. So. Die bauen ja erstmal. Sollen sie erstmal das zusammenbauen. Noch eine Getreidefarm geht hier leider nicht. Ich könnte das so machen. Da hin und da hin. Dann haben wir noch den Platz. Jetzt. Für zwei Getreidefarm. So. Die Kohl. Die brauche ich hier irgendwo. Oh. Warum haben die die denn abgerissen? Komik. Warum die das machen? 85 Kampfstärke. Okay. Die haben auf jeden Fall noch Platz genug gehabt um Lager zu bauen. Soldaten produzieren sie ja auch ohne Ende. So. Suchen wir auf jeden Fall ordentlich Rohstoffe für was wir brauchen. Da ist jetzt Kohle mit dabei. Okay. Ah. Da liegen hier Fische noch im Weg. Da fehlt eine Sensor. Ähm. Was hier runter ist? Ja. Eine Sensor. Dann brauchen wir da. Eine Hammer. Zwei Schaufel. Und eine Sensor. Zwei Sensor. So. Dann muss ich hier auch nochmal zwei Sensor hinschicken. So. Okay. Das sollte genügen. Und wir können endlich die stärksten Soldaten. mit der langsamer Zeit. Ey. Ich spiele schon fast fünf Stunden in dem Level. Das kann echt nicht sein. Das ist richtig viel schon. Viel zu viel. So. Und wir hier noch. Oh Gott. Gold ist immer gut. Und noch mehr Kohle. Und nicht alles mit. Ähm. Fischer Rütten. Könnte ich hier noch eine nehmen. Genau. Schicken wir den da zum Angeln. Angeln müsste ich ja hier haben. Spitzhacken müsste ich auch bekommen. Ja. Sehr gut. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Wo ist denn unser. Freund und Helfer der hier in der Kohlenminderin geht. Von denen ist es keiner anscheinend. Okay. Ach da ist er ja schon. Okay. Gut. Der ist schon unterwegs. Die Mine fördert nichts mehr. Gut. Dann weg damit. Jetzt haben wir ja zum Glück ein bisschen wieder was. So. Ein Spitz. Spielen bitte. Guck einfach mal wo die Soldaten noch da rumstehen. Äh. Wenn die jetzt abgezogen sind. Geil. Hier sehe ich gerade keinen. Aber wenn die jetzt nach runter sind. Ähm. Sind alle. Weil ich da unten angegriffen habe. Wäre das richtig geil. Wenn jetzt hier an dem Turm auch keiner ist. Dann. Dann. Wäre ich versuchen hier mal kurz anzugreifen. Tatsache. Dann mal schnell angreifen hier. Den Turm einnehmen. Die haben sich jetzt alle echt da unten versammelt. Die haben sich jetzt alle hier runter verschanzt. Ist fast geil. Dann werde ich gucken dass ich mir das Gold auf jeden Fall krallen kann hier. Also gut. Wird schwer. Durch die Binnentürme. Sehr gut. Ah. Zieht ihr noch ab? Ok. Dann nicht. So. Der ist auch gleich weg. Sehr gut. Greift den Turm an. Na jetzt läuft es doch hier. Den Turm sollt ihr angreifen. Ok. Hier unten stehen dann Soldaten. Da liegt Gold überall. Kommt schon. Ja sehr gut. Oh. Da sind die ganzen Soldaten hin. So. Steine und Getreide haben wir wenigstens hier. Alter wie viele Soldaten haben wir denn da? Aber wenigstens kann ich das schon mal ein bisschen schwächen hier. So. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall richtig ordentlich Getreide. Kommt schon. Lass die. So. Jetzt können wir hier angreifen. Und schau. Die beide sind in der Enge. Die kommen da nicht so richtig schnell raus. Ja. Sehr gut. Schwächt sie. Ja. Boah ey. Jetzt hatten die Metze hier. Ach du. Wir haben so viele Soldaten. Die haben so viele Soldaten. Das ist großartig. So. Da sind zwei Sensen. Ok. So. Hört euch mal den Turm da. Den kann ich auf jeden Fall abreißen. Den hier auch. Und den hier auch. Du gehst wieder. Du gehst immer. Da. Oh. 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 Esse ist mir hier. Oh. 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 Das ist ein Tor! Dezimiert sie ihre Zahl. So, geht nach oben. Das reicht erstmal. Jetzt haben wir uns erstmal ein bisschen geerlert. So, da fehlt noch ein Stein, okay. Eisen gefunden, Kohle, Eisenerz und so. Schön, 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 schön. Jetzt können wir richtig auf die Kacke holen. Oh, da war eine Steine. Der findet nichts mehr. Ah, jetzt findet er wieder. Warum ist denn der runter, junger Idiot? Ey, die haben aber so viele Soldaten da unten. Aber hier kommen jetzt auch langsam Soldaten. Und dann werden die jetzt von zwei Seiten attackiert. Ich werde die so fertig machen jetzt auch. Na ja, ich hab jetzt ne Sensen wieder, okay. Äh, sehr schön. Der Sensenmann ist unterwegs. So, ein bisschen Bier kann er jetzt hochbrauen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Die Lager werden auch immer voller. Entschuldigung, das letzte Lager. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt haben wir uns ja ein bisschen Platz geschaffen. Jetzt können wir hier noch ein Lager. Ich hoffe, jetzt haben wir zwei in Wau. Ja, zwei Lager, sehr gut. Wie das geht? Ja. Vielen Dank.